Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben einigermaßen geschlafen. Ja, eigentlich könnte man hier gut schlafen, aber die Matratzen, die sind so weich. Die rollen immer in der Mitte zusammen, so. Genau, wenn man da nicht gewohnt ist, ist das relativ schwierig. So, heute ist das Wetter ein bisschen besser. Nur, was wundert uns? Ich hier Mütze, Winteroutfit und die Isen, ähm, T-Shirt. Juhu. Wir sind nicht zu voll, die Treppen zu gehen. Ich habe immer noch einen Fuß kaputt. Um Jakobsweg. Niveau 0, rechts, Spur 1, M, Spur 3. Spur rechts, Spur 3. Okay. Wir fahren jetzt für 11,20 Euro hin und zurück nach Haarlem und gucken uns die Stadtbahn an. Noch eine. Was ist denn da? Ist der da nicht da da? Der wird noch absteigbar werden. Ich muss man sich hier auschecken. Warte. Willst du es selber auschecken? Ja. 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 Das ist der produkt. Ja. 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 Das ist Turtlep Mont possiblyamsterbom Bis zum nächsten Mal. 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 Die haben hier ein Parkhouse für Fahrräder. Das ist krass, wie tief man hier sitzt.